Schnallen Sie sich an und geniessen Sie die Show der Botschafter der Lüfte. Viel Vergnügen! Der erste Vorbeiflug in der Figur Toppupil, schauen Sie auf die zwei Flugzeuge links und rechts und Sie in einem Verband, wachsen Ihre Position in die neue Figur Delta. Abstand in einzelnen Figuren variieren zwischen drei und fünf Metern und das mit Geschwindigkeiten von nahezu, 1000 kmh. Der höchste Punkt des Looping lüttet 2000 m über dem Flugplatz und Piloten werden beim Ausleiten dieses Manövers mit einem feuchfachen Körpergewicht in die Sitzpresse. So ist die neue, schmackhafte Figur der Patriot Suisse 2012, Dobblerone! Dank Ihrer unverwechselbaren, ruhigen Form, Ihrer Zacken, Ihrer Verpackung und vor allem von dem Namen Dobblerone ist die Schokolade überall auf der Welt bekannt. Sehen Sie jetzt einen interessanten Formationswechsel in die neue Figur Melchsturm. Das ist eine sehr schwer zu fliegende Figur, vor allem die fünf Piloten, die hinten, hinter dem Leider... Die neue Figur Schwan, das werden Sie nicht gesehen, das ist unsichtbar für Sie liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Wechsel jetzt vollzogen von Marc Simmeli und seinem Team. Und Marc Simmeli und sein Verband präsentiert Ihnen die Figur Schwan mit einer Geschwindigkeit von etwa 650 kmh. Der Michael Meister und der Simon Piloten. Und als nächstes, meine Damen und Herren, im Anflug vor rechts, Patriot Suisse in der Figur Oskar Bider. Der Flugpionier Oskar Bider ist der erste Pilot gewesen, der die Alpen in beiden Richtungen, also von Norden nach Süden und von Süden nach Norden, überflogen hat. Der Flugpionier Oskar Bider ist auch der erste Chefpilot der damals noch jungen Schweizer Luftwaffe im Ersten Weltkrieg gewesen. Grundsätzlich ist der vorderste Pilot, also Marc Simmeli, für den Verlauf vom Freizeit. Das ist das Kommando für die drei Unterverbände. Sie teilen sich auf und zeichnen. mit dem legendären Herz der Patriot Suisse hier im Himmel von Kanton Aargau. Meine Damen und Herren, das Herz der Patriot Suisse als Dankeschön für Sie liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ohne Sie wären wir nicht das, was wir heute sind. Besten Dank! Beobachten Sie weiter mit zwei Solisten, meine Damen und Herren. Von der Vorführeracht hier über der Piste von Würfelden spektakuläres Kreuzungsmanöver zeigen. Die Flüchtlinge Der Brot zu Beobacht Die Flüchtlinge Die Patrioten gehen beim Fanclub Stand der Patriot Suisse vorbei, dort gibt es die Finns zu erwärmen, und da ist sie, Patriot Suisse, in der Figur, Finns! Die Patriot Suisse, in der Figur, Finns! Das Ziel dieser Figur ist, dass sie auf einem Kreispunkt nur ein Flugzeug sehen, also die drei Piloten versuchen sich hinter einem Leader-Flugzeug hinter dem Markzimmer zu verstecken und wechseln in die neue Figur. Die Patriot Suisse, in der Figur, Finns! 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 Die Patriot Suisse, in der Figur, mit den bestehenden Team zwei Wochen lang schuhen! Ein Klang! Ein Klang! Sie sehen es in der Figur, ein Klang, Fläger und Druck! Das Wort Tiger F5 beginnt mit dem Buchstaben T und genau solches T wird Ihnen jetzt gezeigt. Patrick Suisse in der Figur Tango! So, die Bühne ist frei, wieder für unsere Stolopilote. Und jetzt machen wir Platz wieder für die Hauptbahn im Anbissen, so wie über einen guten Leumont. Haben Sie schon immer mal im Cockpit von einem Militärflugzeug arbeiten oder gar selber mal bei den Patrick Suisse hier mitzufliegen? Suchen Sie die Homepage www.sphere.ch Sphere eröffnet die jungen Schweizer Bürgerinnen und Bürger die Welt der Aviatik von Hiltinnen, den Weg in die aviatische Zukunft zu finden. Es hat da oben Flugplatz für Velt auch einen Informationsstand. Wenn Sie also wollen, Militärpilot werden, führt nichts über Sphere vorbei. Also gehen Sie doch bitte mal schauen und fragen Sie, wie das so geht bei uns in der Luft aus dem Rückenflug. Ein Datembinderhörst. Verschleunigt auf etwa 1'000 kmh und fliegt inmitten von diesem Tunnel durch. Meine Damen und Herren, nehmen Sie Ihre Kamera vorne und halten Sie den Atem an. Patrice Suisse mit dem Tunnel. Applaus Meine Damen und Herren, schauen Sie gerade aus, Patrice Suisse für den Abschluss vom heutigen Programm. Applaus 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 Applaus